Ratschläge für einen Menschen Sei nett zu anderen Menschen. Auf universaler Ebene sind sie gut. Scham ist eine Fessung. Mach dich frei. Zweifle nicht an deinen Fähigkeiten. Du hast die Fähigkeit zu lieben, das ist genug. Der technische Fortschritt wird die Menschen nicht retten. Das können nur die Menschen selbst. Die Schule ist ein Witz. Aber mach weiter. Ist fast deine Vorteile. Sei neugierig. Hinterfrage alles. Die Fakten der Gegenwart sind in der gleichen Zukunft. Gärtnuss-Putter-Sandwiches passen hervorragend zu einem Glas Weißwein. Lass dir von niemandem etwas anderes erzählen. Hier am ehemaligen ist gut, aber Gefühl ist besser. Um du selbst zu bleiben, musst du dich manchmal vergessen und etwas anderes werden. Dein Charakter ist nicht für immer festgelegt. Manchmal musst du dich verändern, um mit dir selbst mitzuhalten. Dein Leben wird mindestens 25.000 Tage haben. Sorge dafür, dass du dich an einige von ihnen erinnerst. Schrecke nie davor zurück, jemandem zu sagen, dass du ihn nicht wirst. Es gibt viele Missstände in dieser Welt, aber ein Übermaß an Liebe wird nicht verzichten. Geh so oft wie möglich mit Newton spitzieren. Er freut sich so, wenn er aus dem Haus kommt. Und er ist ein wunderbarer Hund. Hunde sind Genies der Loyalität. Und das ist keine schlechte Disziplin. Eine Tragöte ist eine Komödie, die noch nicht fertig ist. Eines Tages wirst du darüber lachen. Und irgendwann lachen wir über alles. Lies Gedichte, vor allem Gedichte von Emily Dickinson. Sie können dich retten. Ein Sechsten weiß viel über den menschlichen Geist. Walt Whitman weiß viel über Gras. Aber Emily Dickinson weiß alles. Das Glück ist nicht da draußen, sondern hier drin. Jede Technologie auf der Erde ist in fünf Jahren lächerlich überholt. Halte dich an die Dinge, die auch in fünf Jahren nicht lächerlich sein werden. Liebe, ein gutes Gedicht, ein Lied, der Himmel. Es gibt nur ein Genre in der Literatur. Das Genre als Buch. Strebe nicht nach Perfektion. Die Evolution, das Leben kommt nur durch Fehler weiter. Scheitern ist eine optische Täuschung. Du bist ein Mensch. Du wirst dich für Geld interessieren. Aber vergiss nie, dass Geld dich nicht glücklich machen kann. Denn das Glück ist nicht käuflich. Ich versuche nicht immer cool zu sein. Das Ganze wird erst immer so cool. Es sind die warmen Stellen, die zu nehmen. Niemand hat in irgendeiner Sache je vollkommen recht. Nirgends. Du hast die Macht, die Zeit anzuhalten. Du tust es beim Küssen. Du tust es beim Musik hören. Durch Musik kannst du übrigens Dinge sehen, die du sonst nicht sehen kannst. Musik ist das Fortschrittlichste, was du hast. Sie ist eine Supermacht. Eine Kuh bleibt eine Kuh, auch wenn du sie stagnerst. Irgendwann werden schlimme Dinge besinnen. Sorge dafür, dass du dann jemanden hast, von dem du dich festhalten kannst. Es gibt viele Idioten in deiner Spezies. Sehr viele sogar. Du bist keiner davon. Halte die Stellung. Es kommt nicht auf die Länge des Lebens an, sondern auf die Tiefe. Aber achte beim Graben auf, dass die Sonne über dir steht. Hör auf dein Herz. Hör auf deinen Kopf. Hör auf deinen Bauch. Hör auf alles außer auf Befehle. Leg Feuer. Es kommt nicht auf die Technik, sondern auf die Methule an. Nicht auf die Worte, sondern auf den Ton. Und denke nicht, dass du weißt. Wisse, dass du denkst. Mache Gedanken jeden Tag zu einem Samstag. Und ändere das Wort Arbeit. Und spiel. Du stehst morgens auf. Du ziehst deine Kleider an. Und dann hängst du deine Persönlichkeit an. Triff eine gute Wahl. Wir werden darauf hin, sie macht keine von euch. Wir werden von uns. Wenn du etwas hässlich findest, sieh genauer hin. Hässlichkeit ist meine Sehschwäche. Du hast Glück, dass du hebst. Atme tief ein und achte auf die Wunde des Lebens. Kein Blütenblatt eines Gänseblümchens ist eine Selbstverständlichkeit. Das Wasser fängt nicht zu kochen an, solange du zuschaust. Das ist alles. Was du über Quantenphysik wissen musst. Mache, es steht hier. Mache, es steht hier. Falt. Das war's für heute.